Es ist, es ist Zack. Er ist hier auf Kimaraya. Er muss Cooper umgebracht und das Geld genommen haben. Hat Slaughter dir das erzählt? Ja. Hat er dir gesagt, wo Zack ist? Ja, im Breaker Hotel. Das war sehr entgegenkommend von ihm. Hör zu, Monica, du, du musst zu mir kommen. Du musst mir sagen, was ich tun soll. Das ist sehr einfach, mein Lieber. Aber wenn Zack das Geld erwischt hat, dann müssen wir es ihm wieder abnehmen. Ohne die Millionen wäre alles, was wir bisher durchgemacht haben, vollkommen sinnlos gewesen. Ist dir klar, was ich meine? Ja, ich habe dich verstanden. Hast du Vertrauen zu mir? Ja. Gut. Ja? Mr. Sanders, wir haben uns heute kennengelernt am Strand. Ja, ich erinnere mich. Nur Nick denkt, dass Sie uns noch immer helfen könnten. Oh mein Gott. Die Stimme. Wie konnte mir das nun entgehen? Du hast mich verraten, Sir. Du wolltest mich in eine Falle locken. Ich mag es nicht, wenn man mich verrät. Monica, bitte. Knie dich hin, mein Lieber. Nein. Auf die Knie. Hast du gewusst, dass du einer meiner Liebsten warst? Dann weißt du auch, wie schwer mir das jetzt fallen wird. Ich vergebe dir. Ein langes Lebewohl, bevor ich für immer verschwinde. Zusammen mit zweieinhalb Millionen Dollar, ganz für Sie allein, wie Sie es von Anfang an geplant hatten. Natürlich. Schwarze Witwen teilen nicht gern. Was zum Teufel war in der Spritze? Ein bisschen von diesem, ein bisschen von jenem. Cooper war ein mittelmäßiger Zahnarzt, aber ein äußerst einfallsreicher Chemiker. Er kochte immer alle möglichen Gebräue zusammen, um unsere Liebeslust zu steigern. Liebeslust? Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Diese Mischung gehört nicht dazu. Das ist ein Cocktail, der die Zunge lockert. Alle Händen werden dadurch hinweggefegt. Alle Geheimnisse werden bekannt. Was macht Sie so sicher, dass ich Sie nicht einfach erschieße? Es würde mich wundern, wenn Sie mich überhaupt noch sehen. Ich sehe Sie noch ganz deutlich. Sehen Sie? Also legen Sie sich nicht mit einem Slot an. Nick, hier ist Sergeant Gregory. Können Sie mich hören, Nick? Ja, heiß, Sergeant. Es ist mir egal, was die anderen über Sie sagen. Sie sind in Ordnung. Plastischer Chirurg, Schulz. Ich habe alle Fotos behalten. Nick, hier ist Silvi. Hi, Silvi. Wo sind die Fotos? Ich habe sie Ihnen gegeben. Wissen Sie das nicht mehr? Sie haben gesagt, dass jeder Bulle in Kimaraya eins bekommt. Nick!